äh, gibst du mir ein Jump'n'up? Ach so, ein Jump'n'up? Pass nur auf, dass du nicht von den Dingern getroffen wirst. Ja, ja, ich sammle nur schnell den... Das war's nicht das erste Mal. Deswegen sagt man, dass gerade alles in die Luft geht. Und gerade einer übelst in die Luft zu drücken. Das war's nicht so, oder? Das war's nicht so, oder? Noch einer da. Das war's nicht schön. Da oben. Ich hab' Ich geb' die Rückstrecken jetzt an. Wenn ich treffen will, ne? Ach, Mist. Ich hab' das Loch gefunden, aus dem sie spawnen. Hinter dir. Oh. Oh, Mist. Ähm, ich könnte ein bisschen Hilfe hier unten gebrauchen. Ich brauch' nur selber Hilfe. Ach, hier unten sind ein Riesenhaufen. Ja. Ich bin nicht wie geplant. Ich versuch' mal durch die durchzukommen. Und den Typen mit den Granaten. Ah, der hat sich selber gekühlt. Ah, der hat sich selber gekühlt. Sehr schön. Und wieder einmal von beiden. So viel. Ja, das war's. Sehr schön. Jetzt noch das Zeug. Schlotflinten, Schlotflinten, Schlotflinten. Nichts für dich, Finger weg. So schön. Obwohl. Die einer? Krieg ich die? Sehr schön. Na, aber. Cool, du. Du bist voll mit dem Live. Aber du hast nichts zum Heilen, ne? Richtig. Ich hab' nichts zum Heilen. Dann gib mir doch mal die Pistolen-Amo. Das teilt sich sowieso auf. Ja, dann gib's mir weiter, bis du keiner mehr hast, dass du Platz hast. Na, wozu denn? Damit du einmal eine Heilung bekommen kannst. Weil wenn ich tot bin. Und du hast keinen Heil, kannst du mich doch nicht heilen, oder? Ähm, doch. Aber du wirst dann weniger geheilt, glaube ich. Also du wirst dann nur ganz wenig geheilt. Okay. Und dann klopfe ich dir halt schnell auf den Rücken und sag' Hey. Alles okay? Und dann kriegst du einen Heil. Wie bei Gears of War, oder was? Ach komm, steh wieder auf. Mach weiter. Ja. Okay. Okay, okay. Oder Uncharted ist ja dasselbe. In etwa. Oh, ich wollte jetzt dem Ding hinterher springen. Oh mein Gott. Da ist ne Heilung. Handgranate. Meins. Meins. Das ist alles Deins. Wenigstens das. Immerhin. Damit du nicht ganz tot bist, wenn ich dich heile. So. Wenn das jetzt nicht komplett gewirkt hat, ne? Wenn das jetzt nicht komplett gewirkt hat. Was hast du denn benutzt? Den rot-grünen? Ja. Ja, wenn das nicht gewirkt hat, dann haben wir ein Problem. Oder? Ja doch, nur wir. Naja, den First Aid Spray habe ich ja noch, aber trotzdem. Ja, First Aid Spray hättest du vielleicht noch probieren, die Dinger sind billiger. Ja. An sich macht's kein Unterschied. Auf die 300 kommt's jetzt auch nicht drauf an. Nachdem ich ja eh nur jedes Mal ein Bus upgraden darf. Mist, aber ich stell Regeln auf. Ich raste aus. Wuselig. Wuselig? Ich hab' vergessen, wie man es tötet. Ja, und wie man es auf jeden Spieligkeitspark tötet, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, wir liegen irgendwo überall Mieten. Wir haben beides in den Tor folgen. Ne, ich nicht. Du hast einen Platz frei. Sehr schön. Auf geht's! Und die Verhaltung hat gebeten. Oh, cool. Jetzt habe ich eine Flash-Bunet aufgehoben. Oh, cool. Das bringt überhaupt nichts. Nein, du musst... Ne, unter dem Schwanz hat es doch so... Ja, ja, aber ich hab' keinen Platz. Ich muss Platz schaffen. Ich kann nicht, dass ich direkt am Anfang ein bisschen grün hängen. Was macht es da? Ich versuch' mich zu hauen, aber... Ah! Jetzt... Jetzt hat's mir die Tür aufgemacht und haut mich danach. Ach, schön. Mal hinten anfangen. Ach, ja. Wo liegen denn jetzt die Annäherungsminen rum? Da drüben ist eine. Die leuchtet gerade. So. Es folgt mir brav. Das ist doch mal klar. Annäherungsminen werden übrigens im gesamten restlichen Spiel für gar nichts mehr benutzt. Ist auch nicht wirklich nützlich. Okay, das war weniger schlau. Und ich stehe natürlich auf der falschen Seite. Ich stand schön weit weg. Und ich hab' natürlich die Waffe nicht geladen. Ich hab' natürlich die Waffe nicht geladen. Ich war sicher. Wunderschön. Alles richtig scheiße. Bei mir lieb's gut. Ich weiß nicht, was du hast. Ich stand auf der falschen Seite. Hab' die Waffe nicht geladen. Ich stand schön weit weg. Er targetete dich. Ich lade nach, wer jetzt hier an mir vorbeirenzt. Was? Oh. Er ist in die Luft gekommen. Und jetzt kommt er wahrscheinlich in die Nacht. Nein. Weil er ein Sieg gerade ist. Und jetzt sind keine Bomben vorbeigerannt. Junge. Jetzt macht er keinen Scheiß. Ich hab' schon mal gesagt, dass es fliegt unglaublich dumm. Das kann nicht mal in eine Bombe reinlaufen, oder was willst du sagen? Nein, ich bin die ganze Zeit rückwärts von ihm weggelaufen. Und das hat mich nicht erwischt. Äh, jetzt reicht's schon. Oh mein Gott. Ich muss mich selber nicht mehr abgeben. Sehr schnell. Das macht jetzt echt keinen Spaß mehr, ne? Vor allem nicht, wenn's mir irgendwo reinläuft. Jetzt hebt's wahrscheinlich gleich wieder ab. Ich, ich versuche jetzt erstmal die Hütte hier. Na, also. Was? Ich, ich versuche Vorsicht, drei Spreng. Was? Ach so. Ja, man sieht's nicht. Haha. Kaum habe ich die Mine gelegt, rennt das wieder mir hinterher, ne? Ja. Irgendwas hat es gegen Minen, Lego. Nein, es hat, glaube ich, nur etwas gegen Minen selbst. Aber schon, ey, liegt das immer nach Süden? Äh, ja. Danke, dass du keinen Charge-Angriff oder ähnliches hast. Hä, was? Ich sagte, danke, dass das Vieh keinen Charge-Angriff hat oder so. Ach so, ja. Würdest du bitte irgendjemanden raufgehen? Ungefähr so. Ja, in etwa. Das blöde ist, wir haben jetzt so einen ganzen Loot nicht, ne? Alles, was noch rumlag. Ich hab, während du da unten gemacht hast, alles abgesucht. Es gab keinen Loot mehr. Ach so. Ach, jetzt? Sniperst du mit der Fischung oder was? Snipern würde ich nicht sagen. Ich habe es dreimal verfehlt. Ich wollte zeigen, wie schlecht ich ziel kann. Du hast es dreimal verfehlt und dabei so verwirrt, dass es gegen diesen Tankgefahren ist. Guck mal, Josh. Ne, doch nicht, Josh. Nein. Das ist ein anderer Typ. Nicht das. Nein. Oh mein Gott. Nicht das. Das ist nicht mal das Schlimmste, was danach kommt. Viel schlimmer, meine ich. Wo wir stehen, oder was? Ja. Ja, das stimmt. Hey. A-Rank. Wir haben 39 Minuten gebraucht. Ja. So. Dann. Gut. Das war's dann erstmal von der Episode. Wir sehen uns bei der nächsten. Nicht wahr, Manni? Yeah. Wir sehen uns beim mai. Wir sehen uns alle circa condemnation der Tatsache. Wir sehen uns gleich zusammen. Vielen Dank.